Am 7. und 8. Juli findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. Aus der ganzen Welt werden Zehntausende nach Hamburg kommen, um gegen den Gipfel zu demonstrieren. Und auch wir von Perspektive Online werden vor Ort sein, um euch mit den aktuellsten Fotos, Videos, Nachrichten und Analysen zu versorgen. Schaut einfach auf www.perspektive-online.net oder in die sozialen Netzwerke. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.